Book 2 52 Im Kaufhaus Gehen wir in ein Kaufhaus? Ich muss Einkäufe machen. Ich will viel einkaufen. Ich will viel einkaufen. Wo sind die Büroartikel? Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. Ich brauche Kulis und Filzstifte. Wo sind die Möbel? Ich brauche einen Schrank und eine Kommode. Ich brauche einen Schrank und eine Kommode. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal. Wo sind die Spielsachen? Wo sind die Spielsachen? Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel. Wo ist das Werkzeug? Wo ist das Werkzeug? Ich brauche einen Hammer und eine Zange. Ich brauche einen Hammer und eine Zange. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher. Wo ist der Schmuck? Wo ist der Schmuck? Ich brauche eine Kette und ein Armband. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Buch und Texte siehe www.book2.de Ich brauche einen Ring und Texte siehe.